Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Dienstag, dem 28. März. Guten Morgen aus Wien beim Geek Talk Daily. Ich habe heute wieder 10 Technik-News für euch. Es geht um Facebook, Uber, Amazon, Hyperloop, Ampeln in den Niederlanden, Kronos, Apple, Apple und StarCraft. Wir beginnen bei Facebook. Facebook testet jetzt in den Kommentaren animierte GIFs quasi. Das ist eine Funktion, die wir grundsätzlich schon aus dem Facebook Messenger kennen. Bei WhatsApp gibt es das natürlich auch schon, aber in den Kommentaren direkt im Social Network ist das was Neues. Nach wie vor, oder wie das immer bei Facebook quasi der Fall ist, ist das mal nur ein Test im kleinen User-Kreis. Sollte das dort aber ankommen, und davon gehe ich mal mehr oder minder aus, wird das dann dementsprechend sicherlich auch in Kürze weiter ausgerollt werden. Eine weitere News zu Facebook, die betrifft jetzt aber wieder den Messenger. Dort soll es jetzt in Zukunft Live-Location-Sharing geben. Das ist eine Funktion, die man wahrscheinlich schon aus anderen Messengern kennt oder anderen Apps. Im Endeffekt ist es damit quasi möglich, den Freunden seinen Standort zu senden, beziehungsweise ihn auch längerfristig zu senden und sich quasi live tracken zu lassen. Grundsätzlich finde ich das keine so schlechte Idee. Das Ganze dürfte auch relativ vernünftig konfigurierbar sein, beziehungsweise einschränkbar sein. Ich kann maximal 60 Minuten lang meinen Standort jemandem freigeben. Ich sehe dann auch an einer Uhrzeit quasi, also an einem runterlaufenden Timer, wie lange das noch läuft. Das ist nicht dauerhaft, das ist auch nicht von Standort aufgeschalten. Im Endeffekt muss ich das aktivieren, kann das für maximal 60 Minuten tun und sehe dann auch die verstrichene Zeit dahinter. Insofern an Datenschutz mehr oder minder, zumindest an das nicht permanent freigeben, ist an dieser Stelle gedacht. Per se, meiner Meinung nach, eine recht schlaue Funktion. Muss natürlich dann jeder für sich selbst entscheiden, ob das für jemanden was ist und ob man das verwenden möchte. Wir kommen zu Uber und die haben leider Probleme mit Selbstfahrenden, also autonomen Autos. Die haben das in letzter Zeit getestet in Arizona und in Kalifornien und offensichtlich gab es da Probleme und es gab einen Unfall, der dürfte auch relativ heftig gewesen sein. Da gibt es Bilder und Aufnahmen vom TV-Sender ABC, der so ein umgebautes Auto auf der Seite liegend zeigt. Das dürfte ein relativ heftiger Aufprall gewesen sein. Und im Endeffekt hat das jetzt Uber dazu bewegt, seine Tests vorerst mal zu beenden. Eigentlich sehr schade, ich hätte ja sehr gehofft, dass sich der Stärker durchsetzt, aber ja, muss auch mal Rückschläge in diese Richtung geben. Wir kommen zu Amazon und Amazon plant jetzt das nächste Ladengeschäft mehr oder minder. Amazon betreibt ja schon Buchhandlungen, jetzt gab es ja auch die ersten Pläne und das erste quasi Testding zu einem Supermarkt und an Lebensmitteln verkauft werden sollen. Und jetzt kommt eine ganz neue Idee ums Eck, nämlich möchte Amazon Möbelhäuser quasi machen. Im Endeffekt alles von einem mehr oder minder langen Plan, das Ganze. Im Endeffekt geht es halt vor allem darum, quasi Geschäfte umzusetzen, wo sich Kunden noch schwer tun, rein online zu kaufen. Ich kann das auch von der Einrichtung meiner eigenen Wohnung sagen. Naja, rein Möbel nur mal so zu sehen, ohne sie quasi wirklich im Internet zu sehen, ohne sie wirklich live zu sehen, ist natürlich ein bisschen eine schwierige Sache. Da verstehe ich es, da tust du dir auch ein bisschen schwerer, irgendwie mit einfach mal schicken lassen, wieder retour schicken. Kommt du dann meistens doch mit Spedition, ist irgendwie kostet die Lieferung, was ist ein bisschen aufwendiger von der Grundidee, die ja gar nicht verstehen, warum Amazon sich jetzt allerdings den Hund, wie man hier in Wien so schön sagt, mit Möbelhäusern antun will, verstehe ich allerdings nicht ganz. Ich glaube nicht, dass das besonders lukrativ ist, aber vielleicht ist es auch nur so ein Prestigeprojekt von ihnen. Wir kommen zu Hyperloop und einer sehr praktischen Anwendung, die es in Deutschland davon geben soll. Die Lufthansa überlegt, ob der Hyperloop nicht in Zukunft innerdeutsche Flüge quasi ersetzen könnte. Also von der Grundidee her ja gar nicht so uninteressant, schließlich und endlich soll der Hyperloop ja quasi bis zu 1200 kmh in der Stunde erreichen können. Damit wäre zum Beispiel die Verbindung Berlin-München in einer halben Stunde erledigt. Dementsprechend, ja, vielleicht gar keine so uninteressante Idee. Man ist auch schon in Gesprächen mit HTT, das ist im Endeffekt eine der Firmen, die quasi die Idee von Elon Musk hinter dem Hyperloop auch umsetzen möchte, das Hyperloop Transportation Technologies. Ja, von der Grundidee her natürlich nicht uninteressant, auch wenn natürlich Hyperloop immer noch nicht dort ist, wo es sein sollte, wenn man es gerne hätte. Von Marktreife sind wir hier noch weit weg, aber grundsätzlich ist es ja nicht uninteressant, wenn da ein bisschen weitergedacht wird. Gerade HTT und Deutschland hat ja schon so eine gewisse, ja, Bindung, sagen wir mal. HTT kooperiert ja auch mit der Deutschen Bahn rund um diesen neuen Innovation Trend, den es da geben soll. Mehr oder minder eine Forschungsgeschichte. Wir kommen zu einer lustigen Sache in den Niederlanden. Klingt auf den ersten Blick lustig, auf den zweiten ist es gar nicht so uninteressant. Ich habe da einen Artikel aus einem englischen Magazin gefunden, da könnt ihr euch mal durchklicken in den Shownotes. Im Endeffekt gibt es da jetzt eine Ortschaft in den Niederlanden, die quasi Straßenlampen, also Fußgängerampeln einsetzt so, dass sie auch Smartphone-Nutzer sehen können, während sie auf dem Smartphone irgendwie gucken und auf der Straße unterwegs sind. Wie wird das Ganze realisiert? Eigentlich relativ easy. Mit einer kleinen LED, also eigentlich mit einem Laser mehr oder minder, wird eine rote oder grüne Linie quasi auf den Asphalt einfach oder auf den Gehweg geblendet. Und so sehe ich das auch, wenn ich quasi nach unten schaue, muss ich da an den Kopf heben. Ich glaube, ich fände das auch gar nicht generell so uninteressant, auch wenn ich jetzt nicht gerade aufs Smartphone gucke. Da gab es ja auch neulich schon mal so eine Idee, wo quasi bei normalen Verkehrsampeln der ganze Mast, an dem die Ampel quasi angebracht wurde, mit LED-Streifen quasi gleich eingefärbt wurde und nicht nur die Ampel an sich. Also von der Grundidee her so ein altes Konzept in der Ampel mal weiterdenken. Warum nicht? Stichwort altes Konzept weiterdenken. My Kronos C-Time soll die erste Smartwatch sein, die quasi Smartwatch und normale klassische Uhr verbindet. Im Endeffekt die erste Uhr mit einem analogen Uhrwerk und Touchscreen. Wie sieht das denn aus? Auf den ersten Blick für mich ein bisschen komisch, muss ich gestehen. Im Endeffekt ist da quasi halt, ja, das Tiffenblatt, das quasi normalerweise hinter der Uhr mit den Zeigern wäre, halt dann entsprechend ein Display. Aber die Zeiger selbst sind nicht eingeblendet, sondern die bewegen sich noch tatsächlich. Vielleicht setze ich es durch. Nicht uninteressant, das Ganze wird aktuell auf Kickstarter finanziert. Zum Zeitpunkt der Aufnahme sind es 300.000 US-Dollar dort bereits eingeworfen von 50.000 US-Dollar, die gefordert waren. 139 Dollar soll das für Early Birds kosten. Und das ist ja ein recht angenehmer Preis. Zuletzt zwei kleine Update-News, oder vor allem mal eine Update-News von Apple. Alle aktuellen Betriebssysteme wurden heute endlich nach vielen, vielen, vielen langen Betas geupdatet. So bekommen wir iOS 10.3, macOS 10.12.4, watchOS 3 und tvOS 10.2. Die wichtigsten Änderungen, iOS 10.3 fühlt es vor allem ab PFS ein, das neue Dateisystem. macOS bekommt jetzt Nightshift. Bei watchOS und tvOS sind es eher kleine Änderungen, wobei eine tvOS-Änderung erst dieses Wochenende herausgefallen ist. Dort gibt es jetzt dann quasi auch die Remote-App fürs iPad. Nochmal kurz zu Apple, diesmal aber zur WWDC, die im Sommer steigen soll. Gestern um 19 Uhr ist die Registrierung für die Tickets gestartet, die werden ja wieder bei Lotterie vergeben. Wenn ihr dabei sein wollt, so wie ich zum Beispiel, dann also sofort in die Lotterie eintragen. Preis relativ happig, 1.600 Dollar, aber selbst wenn, ihr kriegt die Karten eben nicht einfach kaufen, sondern müsst ein wenig Glück haben und ausgelöst werden. Von 5. bis 9. Juni findet es dann in San Jose, in San Francisco statt. Zuletzt eine kleine Game-News, ich konnte es heute leider nicht lassen, ich hoffe, man verzeiht es mir, aber es ist eine große News. StarCraft 2 wird neu in 4K-Grafik remastered, also StarCraft, sorry, nicht StarCraft 2, der uralt RTS-Klassiker, eben jetzt dann bald in 4K-Grafik, für Windows und Mac. Tolle Sache, tolle News. Ebenfalls im Rahmen dieser News kam raus, dass quasi der alte Teil, also die uralte Version von StarCraft, in Zukunft dann auch kostenlos zur Verfügung stehen wird. War eine sehr schöne News, die mir den Montag ein bisschen versüßt hat. Ja, Montag ein bisschen versüßt, heute ist schon Dienstag, ich hoffe, ich habe euch vielleicht auch in morgen ein wenig versüßt. Nein, Spaß beiseite, ich wünsche euch einen schönen Dienstag und ja, wir hören uns morgen wieder. Danke und ciao. Hört mehr Geek Talk.